Guten Abend, Herr Morini. Es ist mir wie immer eine Freude, einen unserer italienischen Freunde in unserem Land begrüßen zu dürfen. Ich habe gerade meine Bewunderung für General Mussolini Ausdruck verliehen. Er ist mit unserem Kanzler Seelen verwandt. Ihr Land kann stolz sein, ein solches Staatsoberhaupt zu haben. Meine Leidenschaft ist der Rennsport. Für Politik bleibt da nur wenig Zeit. Manchmal gleicht die Politik einem Rennen. Nein, es gibt einen Unterschied. Verzeihen Sie meine Unwissenheit, Herr Morini. Wir Deutschen sind ein einfaches Volk. Vielleicht möchten Sie uns aufklären? Das eine ist ein Hobby für reiche Arschlöcher, die ohne schicke Autos und alberne Uniform keine Frau flachlegen. Das andere ist der Rennsport. Das muss der englische Mechaniker sein, der sich für einen Rennfahrer hält. Ich bin Ihre. Es wird spät. Wir machen für heute Schluss. Die Nacht ist noch jung, meine Dame. Bleiben Sie. Essen Sie mit mir. Mir schmeckt das deutsche Essen nicht. Das mag sein. Aber bald werden Sie auch in Ihrem Land die Vorzüge einer guten deutschen Bratwurst zu schätzen wissen. Herr Bastard! Und das musslung weiter Deal. geht.